so hallo willkommen zu einem info video und zwar das neue paket ist jetzt da so gelegt am ersten februar bekommen wir den skin ein backlink oder vielleicht auch hier ein bisschen besser bekommt den skin ein backlink der köcher dort bekommen den pickaxe da aus dem wibach sind im mittelpass der season 5 hat man ihn noch nicht besitzt man bekommt eine lackierung und eine ladebildschirm so ich finde den skin wirklich mehr cool ich werde einer der besten besitzt von allen packen ich kann es nur empfehlen so eigentlich als guter skin so damit ich euch sagen das war so ein kurzes video und tschüss